Liebe Kinder, Sätze sind geordnete Gedanken und Bücher sind deren Palast. Wenn nun die Buchstaben aus den Büchern verschwinden, dann verwildern sie. Unrasiert, ungekämmt und mit Tattoos an ungeeigneten Stellen werden aus den Buchstaben Monster starben. In letzter Zeit sind so viele Gedanken in Unordnung geraten, dass wir die entflohenen und verwilderten Buchstaben wieder zurück in die Bücher bringen müssen. Mit euren Monstern verstärkt ihr unser Team der Buchstabenschrecksen und wir sind nun besser in der Lage, unsere Mission zu erfüllen. Begrüßen wir die neuen Mitglieder. So Kinder, jetzt stellt euch mal vor. Unsere Monster sind ja noch Erstklässler. Das Laufen, das Sprechen und das Monstern, das müssen sie noch lernen. Schauen wir also, was sie in den nächsten Monaten alles dazulernen. Das war's für heute vom Tag der Bibliotheken in Grenzervielen. Beim nächsten Mal, im nächsten Jahr sehen wir uns wieder, wenn es heißt, malen wir ein Monster.